Ernest Annie Adams war ein US-amerikanischer Schauspieler. Leben Adams war ein kleiner, hagerer Schauspieler und wurde in der Tonfilmzeit meist als Gauner besetzt. Oft spielte er den Lockvogel, Denunzianten oder Hinterlistigen in Kriminalfilmen und Western. Begonnen hatte er seine Karriere in musikalischen Komödien wie Tut Tut von Jerome Kern auf den Bühnen des Broadways. Seine ersten Filmauftritte sind für 1919 belegt. Bis zu seinem Tode spielte er kleine und kleinste, gelegentlich aber auch gewichtigere Nebenrollen. Unter anderem war er bei den Mesket Pictures unter Vertrag, die meist Serials auf den Markt brachten. Regelmäßig spielte er auch für die Republic Pictures Mitte der 1930er Jahre in den B-Filmen mit Bob Steele und Johnny McBrown in der Hauptrolle. Adams trat in mindestens 440 Filmen, davon fast 150 Western und über 30 Serials auf. Eine seiner bekanntesten Rollen gegen sein Image gespielt ist die im Serial The Phantom aus dem Jahr 1943. Filmografie 1919 A Regular Girl 1930 For a Defense 1933 Midnight Mary 1934 Es geschah in einer Nacht 1936 Aufruhr in Mesa Grande 1938 Du und ich 1942 Ein Kuss zu viel 1942 Der große Wurf 1943 The Phantom 1947 Zorros Sohn 1947 Pauline las das Küssen sein 1948 Der Schrecken von Texans blabd 219 ляufe 209 209 209 209 209